Ich grüße euch aus der unerträglichen Hitze der frühen Sommerzeit und der Grund warum ich mich hier kurz melde ist, wie ihr im Titel schon erkennen konntet, ja ich musste mich einfach mal kurz irgendwie melden, denn ich habe jetzt schon ein paar Nachrichten bekommen, was denn mit mir ist, ob ich irgendwie gestorben bin oder ob da irgendwie was zwischengekommen ist, ob da noch Videos kommen von der Set und alles mögliche und ich wollte mir das einmal hier kurz nehmen die Zeit und euch das einmal erzählen, was denn wie und warum abgeht und zwar, nein, ich habe euch nicht alle vergessen, also jetzt sterbe ich ja fast in der Hitze, ich halte mich dann deswegen mal kurz, nein, ich habe euch nicht alle vergessen, ich habe schon noch, will ihr mich verarschen? Nein, es läuft eigentlich im Moment ziemlich viel auf YouTube bei mir, vor allem dem Film gegenüber, den ich mal vor langer Zeit angekündigt habe durch mehrere kleine Mini-Teaser oder Auffälligkeiten oder sonst irgendetwas und ich habe da auch schon was auf Facebook von gepostet, aber noch nichts direktes, noch nichts richtiges Videomaterial und das wird sich jetzt in nächster Zeit auch nicht so schnell ändern, denn ich bin im Moment noch ziemlich vorsichtig, was das angeht das ist eine Heidenarbeit, ich sitze da schon seit Dezember 2013 dran und das ist definitiv ein Grund, warum im Moment noch nicht so viel kommt Zweiter Grund, übrigens habe ich wegen dem Film und alles auch, hier ist nur ein Mikrofon, was ich natürlich tausendmal besser anhören sollte Zweiter Grund, ähm, der Set hatte ich einfach in letzter Zeit überhaupt keinen Bock Also, die Mod ist jetzt für mich irgendwie schon ein bisschen tot, aber jetzt kam ja noch dieses Overport raus und das lade ich gerade runter, ich werde wahrscheinlich da denn schon noch was bringen aber sonst finde ich halt jetzt irgendwie Epoche, so ganz normal irgendwie langweilig vor allem nach der Zeit, die ich da schon rein investiert habe, habe ja auch mal ein paar andere Spiele und hatten wieder probiert einen MMO zum Beispiel wieder und ja, ich kann halt nicht durchgehend das Spiel spielen Und dann habe ich noch ganz viele andere Ideen für den Kanal und sonstige Sachen Außerdem gibt es auch eine, eine Umbenennung oder einen, einen zweiten Kanal, sag ich jetzt mal Äh, der hier soll sich ja mit Gaming befassen, ja Und deswegen habt ihr ihn auch alle abonniert, hoffe ich mal Und, ähm, der andere soll sich dann auch so Kurzfilme und so auslegen Denn das ist das eigentlich, worauf ich im Moment so hinarbeite Es gibt, im Moment, ich habe Skripts, die sind 20 Seiten lang, 30 Seiten circa Da habe ich noch welche, die sind jetzt drei Seiten lang, da war ich noch nicht so lange dran Aber es dauert halt alles und es ist eine heidene Arbeit, wie schon gesagt In dem Teaser, den ich jetzt schon mal fertig habe, aber noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist Da habe ich Wochen, wirklich Wochen drin verbracht Ich würde jetzt mal so drei sagen Und, ja, das soll so, das ist so eine enorm hohe Qualität schon Das wird wahrscheinlich hier auf dem Kanal, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache Denn das hat auch, ja, ist halt mit Armor und sowas gemacht Und, ja, ich glaube, ich werde das auf den anderen machen und euch hier darauf hinweisen Und, ja, wie gesagt, in letzter Zeit hatte ich auch nicht so wirklich viel Zeit Ich hatte viel Schule und Real Life und so ein Mist Und, ich versuche mal jetzt wieder irgendwie so ein bisschen, ein bisschen was zu machen Weil im Moment habe ich auch wirklich ein bisschen Lust dazu Ich habe sogar noch circa 400 GB Material Das sind, meine, ja, was ich dazu reinsteckern, aber jetzt so zwei Videos maximal Wenn überhaupt vielleicht auch eins, was 40 Minuten lang ist Ja, und im Moment habe ich einfach keine Lust, das zu machen Außerdem fehlt da das Kommentar Das würde ich danach träglich aufsprechen Das würde aber einen enormen Unterschied bringen zwischen diesem Mikrofon und dem alten Schreibt mir einfach mal wirklich unten rein, was ihr jetzt Ob ich das noch, das alte nochmal machen sollte Das ist ja noch Epoch Das ist genau, das sind Stunden nach dem Video, was ich vorher hatte Also nach dem letzten Epoch-Video Oder ob ich jetzt halt dieses Overpoch einmal komplett neu machen sollte Ähm, noch irgendwas? Ja, die Dead Dead Standalone, seht ihr im Hintergrund Einfach kurz gespielt und aufgenommen, nichts Wichtiges Ähm, hatte ich überhaupt nicht so viel Lust zu Und habe ich auch nur für den Film gebraucht Und, ja, also wirklich, diese Dead Dead Standalone Da fehlt ja noch eine Menge, bis das mal ein ordentliches Spiel wird Bisher ist, nee, bisher ist das einfach nichts Also es ist nichts Halbes und nicht Ganzes Es ist nicht mehr was Halbes Pre-Alpha seit gefühlten zwei Jahren In, als Fakt glaube ich sogar schon ein Jahr Das ist Ich glaub da einfach irgendwie nicht mehr dran Hauptsache noch, die Mods wären noch ein bisschen gut Und dann kommt, äh, Star Citizen Was ich euch ja auch schon ein bisschen Material gegeben hab Auf 4K sah das glaube ich richtig geil aus Habe ich auch nichts drüber gesprochen Weil ich halt nur das Gameplay zeigen wollte Ich hatte dann nämlich schon ganz Ich bin auch eben mega gehypt von dem Spiel Nur, wenn ich das dann schon davor sage Und dann wird das Spiel scheiße Dann, dann ist das Kommentar auch wieder scheiße Weil, die, der sitzt der und da haben auch alle gesagt Die wird gut und im Moment ist sie ja Man sieht es ja Gut, ähm, ja, also kurz gefasst Ich hab eigentlich schon noch was vor Und bleibt am Ball Ich bleib es auch Gut, denn bis zum nächsten Mal Bis dann, Leute, ciao Ähm, nein, noch nicht Kleine Zwischenmeldung Es wollten so einige Leute irgendwie mit mir spielen Der Set meistens Und, ähm, da heute Weil ich keine Ahnung hab, wer wann das wo guckt Am Samstag Ähm, gerade, oder Freitag schon Gerade der Teamspeak bereit geworden ist Bereitgestellt worden ist von meinem Root Ja, könntet ihr, wenn ihr Lust habt Und irgendwie zufällig Ich auch gerade drauf bin Könnt ihr ja raufkommen Vielleicht könnt ihr ja mal ne Runde mitspielen Muss ich zu sagen 32 Slots ist noch Also ist sehr begrenzt Naja, ich mach das ja auch nicht Ich mach das auch noch als Hobby, ne Gut, denn Dann ist jetzt Schluss Ja, vielleicht kommt ihr rauf Vielleicht auch nicht Bis dann, bis dann